Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme gerade nicht ganz darauf klar, dass du vor mir sitzt, weil vor Jahren hast du an meiner Kinderzimmertür gehangen. Wirklich? Im XXL-Format? Im XXL-Format. Hallo Lucy von den No Angels. Schön, dass du da bist. Ich habe vorhin mal ausgerechnet, wie alt ich da war. Ich war zwölf. Und das Poster war der absolute Klassiker, mittlere Seite von der Bravo, Doppelseite also natürlich. Und das war das Poster von eurer ersten Single, Daylight in Your Eyes. Ah, diesen Poster. Dieses Poster, wo ihr alle noch Sandy auch so in weiß und so eisig und du warst so das Feuer. Und Vanessa, glaube ich, so diese Erde und das war so perfekt. Genau, das Tiger. Ja, ja, das sah ganz toll aus und da weiß ich noch ganz genau, dass ihr an meiner Holztür im Kinderzimmer gehangen habt. Und jetzt sitzt du einfach vor mir. Das ist verrückt. Schon verrückt. Kannst du dich in sowas hineinversetzen, wenn Leute so vor dir sitzen? Ja, ich ... Hast du auch so jemanden? Ja, ich hatte Anfang 90er unglaubliche Fan-Momente mit einer bulgarischen Rockstar. Ich bin da sogar umgekippt, als ich sie kennengelernt habe. Ja, ja, ja. Ich war auch mal wirklich so ein echter Fan, bin auf Autogrammjagd gegangen. Ich habe sie vor irgendwelche Konzerte dann geschnappt, um mir ein Poster zu unterzeichnen. Insofern konnte ich das eigentlich schon seit dem ersten Tag ziemlich gut nachvollziehen. Ich kannte das auch, vom Hotel zu stehen, stundenlang, wie das ist. Und ich glaube, auch deswegen habe ich auch ziemlich schnell angefangen, auch selber da vom Hotel mit meinen Leuten irgendwie mal zu stehen, mal ein Bierchen zu trinken. Bis heute haben wir eigentlich immer wieder so die, nehmen wir uns die Möglichkeit, wenn wir uns sehen, zu so einer Burger-Kette zu laufen. Nach dem Konzert? Nach dem Konzert, genau. Und dann sitzen wir und quatschen sehr, sehr lange. Schön. Aber das war ja auch eine ganz verrückte Zeit. Wenn ich jetzt daran denke, als Popstars gerade losgingen, das war ja ein Hype, das war ja eine Welle, die durch Deutschland ging. Das sind 23,5 Jahre. Das ist richtig, richtig lange, weißt du? Das ist Sommer 2000. Also das, eigentlich, wenn man diesen… 2001, ne? 2000. Also 2000 war das Casting, 2001… 2001, die Single. Genau, kamen die Single am 5. Februar. Du weißt das noch, als wär's gestern. Ja, natürlich. Ja. Natürlich weiß ich, am 5. Februar ist so ein Tag, so ein Datum, das ist auch der Todestag meiner Mutter. Oh Gott, nein. Das ist halt, das ist so das, irgendwie der schönste Tag meines Lebens und auch der schlimmste. Mhm. Und dieses Jahr fällt die Finale an diesem Tag. Ja. Ja. Das wird dann weder mein schlimmsten oder mein anderen schönsten Tag werden. Oh, ich drücke dir die Daumen, dass das der schönste wird wieder. Ja, es wird auf jeden Fall zu Ehre meiner Mutter sein. Ja. Also ist das so ein Ding für dich, dass du sagst, du gehst für deine Mama ins Camp? Nicht so direkt. Aber du wirst viel an sie denken wahrscheinlich da. Ah, das tue ich sowieso. Ja. Also das tue ich sowieso. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, wahrscheinlich so einsamere Momente haben. Ah, aber ich kann das mittlerweile ein bisschen besser greifen. Weil du es jetzt realisiert hast? Ein bisschen besser. Weil ich mit einem Psychologen arbeite. Ja, ja. Du, ganz ehrlich, das kann ich verstehen. Ja. Ja, Trauerbewältigung ist nicht jedermanns Sache. Ich kann das auch ganz schlecht. Nee, ich glaube, es ist nicht nur Trauer. Also man möchte irgendwann diesen Menschen kennenlernen, wenn man den nicht kannte. Und dann fängst du an, dir viel zu viele Fragen zu stellen über diesen Menschen, über eure Beziehung. Dann kommen andere Situationen auf. Und dann hast du eigentlich so ein halbes Leben, den du gar nicht so wirklich kennst. Und du denkst so, wo war ich denn? War ich nicht da? Also meinst du jetzt mit dich selbst besser kennenlernen? Mit dich selbst, klar. Oder deine Mutter? Beides. Ja, beides. Also kennen ist nicht gleich kennen. Nee, das stimmt. Wenn man da hinter die Fassade blickt. Genau. Und das geht meistens auch nur mit Hilfe. Ja, genau. Das ist vollkommen richtig. Das stimmt. Du hast ja auch schon in so unglaublich vielen Shows jetzt teilgenommen. Du bist ja eigentlich schon so ein, ich sag jetzt mal, alter, in Anführungsstrichen, Hase im Showgeschäft. Du kennst dich unglaublich gut aus. Hat dir der Dschungel da irgendwie noch gefehlt? Zu deinem Glück sozusagen, um das zu komplementieren. Also ich werde das auf keinen Fall so bezeichnen, dass der Dschungel jetzt da gefehlt hat in irgendeiner Entertainment-Sammlung. Um Gottes Willen, das wäre ja schlimm. Was ist deine Motivation, dahin zu gehen? Einfach Abenteuer, Lust?